Beim elektronischen Anschlagdrehen können bis zu 16 Anschläge in allen vier Richtungen über Eingabe bezogen zum Nullpunkt eingegeben werden oder durch Teach-In-Funktion die entsprechende Position angefahren und übernommen werden. Bei korrekt eingemessenem Werkzeug kann durch die Eingabe des Werkstückdurchmessers das Drehen mit über- oder untermaßsicher verhindert werden. Über die Bildschirmanzeige können Geometrien für Außen- und Innenkegel mit und ohne Aufmaß eingegeben werden. Mit der Funktion Anschlagdrehen wird die Geometrie des Kegels stufenweise bis auf das Aufmaß vorgedreht. Nach dem Bearbeiten der letzten Stufen besteht die Möglichkeit, die beim Vordrehen entstandenen Rechtecken zu entfernen. Um den Kegel fertig zu schlichten, muss der Obersupport auf den entsprechenden Kegelwinkel eingestellt werden. Mithilfe der Funktion Winkel vermessen kann über ein Abtasten von zwei Punkten der am Obersupport eingestellte Winkel schnell und fehlersicher überprüft werden. Um das Gewindedrehen einfacher und sicherer zu machen, kann die elektronische Endschalteinrichtung genutzt werden. Wie oft im Leben einer Drehmaschine muss zum Öffnen des Spannmittels das Futter gedreht werden? Zu oft. Mit der Funktion Spindel positionieren wird das Spannmittel automatisch in jede vom Benutzer vorab definierte Stellung gedreht. Dadurch muss das Spannmittel nicht von Hand in die zum Öffnen notwendige Position gebracht werden. Die automatische Spindelpositionierung erfolgt mit einer Genauigkeit von drei Grad. Eine weitere interessante Option, die die Maschinen mit einer Steuerung des Typs VC Plus bieten, ist die Winkelpositionierung der Hauptspindel. Über die Eingabemaske kann eine beliebige Gradzahl eingegeben werden. Nach dem Drücken des Softkeys Spindel positionieren, dreht sich die Spindel auf die gewünschte Position. Mit einem angetriebenen Werkzeug können nun einfach Löcher zentriert und gebohrt werden.